Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben uns diese drei wunderschönen Packs bestellt und die würden wir heute dann mit euch zusammen öffnen. So und da ist auch schon die gröbste Verpackung runter und wir schauen uns als erstes mal den Zombie an. Das ist die Rückseite vom Pack. Der Zombie ist Teil der Serie 1 der Figuren zusammen mit Steve, dem Creeper und dem Enderman. Und da ist auch schon seine Box. Was der will ihn gleich mal befreien mit seinem Eisenblock und seinem Eisenschwert. Der Zombie hat in seiner Hand diese Rillen mit denen er Werkzeuge bzw. Schwerter halten kann. Muss man etwas fester drücken und da hat er auch schon sein Schwert in der Hand. Wenn man den will, kann man Arme, Beine und den Kopf entfernen. Da könnte man zum Beispiel den Kopf mit anderen Figuren, wie zum Beispiel Steve, tauschen und lustige Sachen damit machen. In Filmen. Und ja, das war's zum Zombie und wir machen weiter mit Steve in Dia-Rüstung. Das ist die Rückseite. Steve ist in der Serie 2 und kommt zusammen mit dem Villager und dem Eisengole. Befreien wir ihn gleich mal aus der Verpackung mit seinem Dia-Block und dem Dia-Schwert. dass er natürlich auch in der Hand halten kann. So. So. Das ist hier fester drücken. Da hat er schon. Steve kann im Gegensatz zum Zombie seine Hand nicht entfernen oder seine Beine. aber er kann seinen helm abnehmen oder auch den kopf das war's zu steve in die errüstung und jetzt kommen wir zu einem anderen steve und zwar den steve im großen zu weit weg ist eine werkbank eine kiste und ein bett somit wieder auf dem block und natürlich steve mit seinen werkzeugen dem holzschwert und der stein die er natürlich ebenfalls in der hand halten kann aber in dem zurück gibt es ja auch die kiste immer noch öffnen kann und items da reinpassen kann und in stop motion film kann man auch coole sachen mit der werkbank und dem bett anfangen so da ich auch so viel über diese filme geredet habe werde ich euch gleich mal einen zeigen so und das war's auch schon zu diesem video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann lasst doch einfach mal eine positive wertung da dann können wir sehen wie diese art von videos bei euch ankommen bis zum nächsten mal